Hier gibt es Mittagessen. Von 13 bis 15 Uhr kann man hier schön zu Mittagessen mit Blick aufs Meer. Und abends ist es ein Spezialitäten-Restaurant. Da kann man ein Fünf-Gänge-Menü oder, was war das andere? Riechisch-Bisset. Riechisch-Bisset. Genau. Kann man hier dann zu sich nehmen. Und man hat einen ganz, ganz tollen Blick. Sonnenuntergang hier über den Berg. Ein Traum. Ne, da drüben, ne? Genau. Hierzu. Über Sackentos, der rechten Hälfte von Sackentos.